Aber natürlich ein deutsches Rekord. 16 wollen wir sehen. Guck mal, jetzt ist er hübsch. Ich nehm' Handynummern entgegen. Jude, du wieder. Hallo, legen wir los. Bist du fertig? Ja, ja. 1 zu weiter. 2 zu weiter. 3 zu weiter. 4 für den Raffab. 4 für die Hände. 5 für den Raffab. 6 und 5. 7 und 6. 50 Sekunden. 8 Wiederholungen. Und 7. 9 Wiederholungen. 45 Sekunden. 8 Wiederholungen. Und 10. 11. 5 und 30 Sekunden. 8 Wiederholungen für Dennis. Und 11 Wiederholungen für Raffab. 30 Sekunden. Auf geht's Jungs. gegen den Raffab. 6 und 15. 2 und 25 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 5 und 30 Sekunden. 5 und 30 Sekunden. 12 für den Raphael und 12 Wiederholungen für den Dennis. Und wir haben einen Sieger im Bierhof Gießen in Essen. 15 Wiederholungen. Eine Wiederholung unter dem deutschen Rekord. Zug Eistung hier vom Raphael. Wir können es versuchen. Ein bisschen. Hast du nicht gerechnet? Ja, ja. Damit habe ich gerechnet, dass ich gewinne. Ich habe ja den deutschen Rekord. Aber hier geht es nur so viel zu machen, wie nötig ist. Um noch Kraft zu sparen für die letzte Disziplin, die Kugeln. Deswegen haben wir 14 jetzt gereicht. Ganz klassisch im Fitnessstudio mit Grundkraftübungen. Und dann auch zusätzlich ein bisschen Disziplin-Training. Das Fass habe ich jetzt zweimal geübt vorher. Und dann liegen wir eh alles, was mir aus den Schultern kommt. Deswegen, ja. Bitte? Das hier? Das zählt euch für die deutsche Meisterschaft. Die Punkte werden addiert. In Rupholding das Finale. Das zählt doppelt. Und am Ende gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Viel Erfolg dafür. Vielen Dank. Danke.